Hallo Leute, ähm, ja, ich hab grad ein richtig chilliges Video gecuttet, hab mir auch richtig viel Mühe dabei gegeben, halt zu synchen, alles, äh, Musik und dann wird einfach das Video gesperrt, weil es in der GEMA, äh, wegen GEMA-Rechte und eigentlich dachte ich, dass das Video frei wäre, weil es war einfach nur ein Remix, aber irgendwie haben die das doch dann gesperrt in Deutschland, das ist nämlich verfügbar in England, in allen anderen Ländern schon, nur halt in Deutschland nicht, das ist ziemlich dreckig, das Video ist zwar oben, also vielleicht könnt ihr ja euren Browser auf Web, äh, auf England stellen, dann könnt ihr das Video nämlich sehen, nur ich vers- ich hab einfach, ich bin einfach so angepisst grad, naja, ist ja auch egal, Leute, ähm, wir sehen uns dann morgen wieder in einem vernünftigen Video, ich bin einfach nur gerade richtig drauf, ich versuch das irgendwie nochmal hochzuladen, Leute, wir sehen uns, tschau! Bis zum nächsten Mal!